Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Radiant Photo. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir mal den Unterschied erklären zwischen dem schnellen Modus und dem erweiterten Modus. Was genau ist der Unterschied? Wann nutze ich was? All das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Ich bin wieder drin in Radiant Photo und als erstes werde ich mir natürlich mal wieder ein Bild hier reinziehen, mit dem wir arbeiten können. Und das ist ein Bild, was ich in Berchtesgaden damals aufgenommen habe. Ist glaube ich schon vier, fünf Jahre her. Trotzdem für mich immer noch ein sehr, sehr schönes Foto und man sieht den Watzmann im Hintergrund. So und hier wurde auch direkt wieder ein Smart Preset angewendet. Diesmal das Landschaft Winter. Also Radiant hatte ich ja auch gut erkannt. Ja, es ist ein Landschaftsbild. Ja, es ist Winter, es liegt Schnee und dementsprechend haben wir hier also auch ein tolles Motiv. Ich kann euch auch gerne nochmal das Vorher-Nachher zeigen. So sah das vorher aus. Ja, also ein bisschen blaustichig. Und so sieht es jetzt danach aus, wo der Schnee also jetzt wirklich komplett weiß ist. Also der Weißabgleich hier richtig eingestellt wurde. Insgesamt ist hier ein bisschen mehr Klarheit im Hintergrund drauf, würde ich mal so behaupten. Der Himmel wurde ein bisschen angepasst. Ja, das ist jetzt alles nicht mehr ganz so weich, sondern so ein kleines bisschen mehr Punch irgendwie drin, was mir persönlich sehr gut gefällt. Okay, ich gehe wieder in die Einzelansicht rein. Und in diesem Video soll es ja darum gehen, wann nutze ich den schnellen Modus, wann den erweiterten Modus. Im Endeffekt, der größte Unterschied ist einfach, schneller Modus, der ist sehr einfach gestaltet. Der unterscheidet sich im Endeffekt hier auf der rechten Seite, was wir hier am Ende noch einstellen können. Im schnellen Modus habe ich hier einmal die intelligente Bearbeitung. Das habe ich übrigens auch im erweiterten Modus drin. Also hier oben diese intelligente Bearbeitung ist in beiden Modi drin. Ja, die ändert sich da auch nicht wirklich. Sondern das, was hier drunter passiert, das ist dann unterschiedlich. Ich habe hier im schnellen Modus also wirklich nur die Belichtung drin, die ich da noch einstellen kann, die Lichtstreuung, die Tiefe und die Brillanz. Und im erweiterten Modus habe ich da einfach wesentlich mehr Möglichkeiten. Da habe ich hier zum Beispiel die Farbtiefe. Da ist auch wieder der Belichtungsregler drin. Dann haben wir hier die Lichtstreuung und auch die Tiefe. Aber wir haben halt noch wesentlich mehr. Wir können noch einen Weißpunkt und einen Schwarzpunkt einstellen. Wir können Detailbalance, Haut und Tiefe einstellen. Wir haben super Kontrast hier noch mit drin. Hier unter Farbe geht es natürlich dann auch noch weiter. Dort können wir Farbkontrast, Farbtreue, die Brillanz, die ist da auch wieder mit drin. Aber ansonsten haben wir hier wirklich sehr viel mehr Möglichkeiten noch, das Bild einzustellen. Und ich würde dir Folgendes empfehlen. Wenn du Radiant nicht als alleinstehendes Programm nutzt, sondern vielleicht auch noch mit Lightroom arbeitest und einfach deine Bilder am Anfang so ein bisschen optimieren möchtest, bevor du in Lightroom gehst und dort manuell die Bearbeitung durchführst, würde ich dir fast empfehlen, mit dem schnellen Modus zu arbeiten. Der erweiterte Modus ist immer dann sinnvoll, wenn du wirklich viel mit Radiant arbeiten möchtest. Denn du hast hier sehr viele Regler drin. Wenn du jetzt hier ganz nach unten gehst, dann gibt es hier noch Details. Auch hier können wir noch die Schärfe einstellen, die Intensität von der Rauschentfernung und so weiter. Also hier hat man noch eine ganze Menge Möglichkeiten, die man machen kann. Deswegen, ich persönlich bleibe meistens im schnellen Modus drin, mache aber auch manchmal noch den erweiterten Modus auf, wenn ich jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen Lichtstreuung da einfügen möchte. Also so ein bisschen hier das ein bisschen, ja, absoften das Ganze und den Kontrast so ein bisschen rausnehmen wieder. Ich mache jetzt hier mal ein kurzes Vorher-Nachher. So sieht es ohne aus und so sieht es mit der Lichtstreuung aus. Da soften wir das Ganze einfach nochmal so ein bisschen ab, was ich zum Beispiel super gerne noch mit reinbaue. Das ist dann so ein kleiner Schritt, den ich im erweiterten Modus noch mache. Und auch wenn ich mit dem super Kontrast noch so ein bisschen arbeiten möchte, auch das ist dann natürlich hier mit dabei. Okay, das kann ich dann, wie gesagt, noch einstellen. Aber in den meisten Fällen würde ich behaupten, reicht für mich der schnelle Modus aus. Wenn du keinen Lightroom benutzen möchtest und das Programm wirklich als alleinstehendes Bildbearbeitungstool nutzen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mit dem erweiterten Modus zu arbeiten. Und diesen erweiterten Modus, den schauen wir uns ja auch in weiteren Videos noch an, wo wir hier wirklich auf jeden einzelnen Regler noch eingehen. Das war es mit diesem Video und ich hoffe, du kennst jetzt den Unterschied etwas besser zwischen dem schnellen und dem erweiterten Modus. Du kannst Radiant natürlich jederzeit ausprobieren, indem du einfach unten mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickst. Da einfach dem ersten Link folgen und dann hast du Radiant schon in der Hand. Ansonsten nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und natürlich einfach einen Kommentar schreiben, falls du noch Fragen hast, Anregungen, Lobkritik, was auch immer. Ich freue mich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020